Hier kommt jeder auf seine Kosten und kleine ganz groß raus. Vom Turnen über Rugby bis hin zum Badminton oder Klettern. Nahezu jede Sportart ist für die Kleinsten beim Kids aktiv des SC Siemens statt vertreten. Das Kinder Bewegung lieben ist kein Geheimnis. Dennoch stellt sich bei vielen Familien die Frage, welcher Sport passt zu ihren Kleinen. Der sechsjährige Milo möchte das mit seinen Eltern herausfinden. Zuerst zieht es den Knirps zum Sportkarate. Hier werden ihm die Grundlagen beigebracht. Es sieht schon ziemlich professionell aus. Nun aber schnell Plätze einnehmen, denn die Show-Einlage der Wushu-Kung-Fu-Gruppe beginnt. Bereits jetzt wird klar, welcher Sport ist Milo definitiv angetan. Ich finde es cool, wenn man da kämpfen muss. Das finde ich cool. Stops beim Tischtennis und der Leichtathletik sind natürlich ein Muss. Schnell den Papa besiegen und dann über die Hindernisse springen. Check. Ab zum nächsten Highlight, dem Kinderland. Das Action-Center und Bewegungsland lässt alle Kinder Herzen höher schlagen. Die Kinder können in einem geschützten Raum unabhängig vom Wetter alles kennenlernen und können sie austoben und können den Tag genießen, so wie die Eltern hoffentlich auch. Auch Bao Han Lai und Hamai Pam finden den Weg mit ihrer Mama zum SC Siemens statt. Sie entdecken das Kinderschminken für sich. Dort können sich die Mädchen, aber auch die Jungs natürlich, in Katzen, Schmetterlinge oder andere Wesen verwandeln. Ganz fasziniert von den Künsten der SCS-Mitglieder versuchen sich die Schwestern im Rugby. Doch das scheint noch nicht der Lieblingssport der Kids zu sein. Denn als das Reverse-Show-Team auftritt, sind die Mädchen von der Performance so gefesselt, dass sie selbst einmal in die Höhe gestemmt werden möchten. Wow! Bao Han Lai und Hamai Pam haben es echt drauf. Ich finde heute, dass beide Kinder sehr Spaß haben. Und sie möchten gerne noch mal mehr wiederkommen. Mit so vielen Mitmach-Aktionen war für jedes Kind beim Kids aktiv etwas dabei. Wie für Bao Han Lai, Hamai Pam und Milo, die ihre Leidenschaft für Sport, Karate und Akrobatik entdeckt haben. Fest steht, dass beide Familien mit dem SC Siemensstadt einen Verein gefunden haben, bei dem sich die Kids richtig austoben können und bei dem Kleine ganz groß rauskommen.